ein volkswagen turan steht hier zum verkauf der graue bahn ist fünftürig bietet platz für fünf personen und hat einen großen stauraum der kilometerstand des wagens liegt bei weniger als 158.000 kilometern die erstanmeldung war anfang 2012 der ben besitzt zahlreiche ausstattungsdetails wie ESP, Szenanscheinwerfer, Physiofix, Kindersitzbefestigung, Navigationssystem, Partygefilter und noch vieles mehr der diesel hat eine leistung von 140 ps und wird über ein schaltgetriebe gesteuert kontaktieren sie uns wir beantworten gerne ihre fragen bis zum nächsten Mal